so was wir ernten tun wir gerade. Oh jetzt muss ich glänießen. Ach, die war in die Folge. Die Dame. Ich wollte noch weiterentwickeln. Wie alles fertig, du Lappen. Moment, gießt ihr mir nicht alles, der Sack? Na schau mal, das braucht doch Wasser. Wieso gießt ihr das nicht? Was ist das für ein Gärtner? Kommt der mit Zufi nicht zurecht oder was? Das ist doch doof. Das ist doch die da doof. Einladung. Wenn die da... Ich muss mich um den Essensplanung für heute kümmern. So. Was macht der denn? Immer noch gießen, meine Herren. Mein Gärtner ist kacke. Wozu bezahle ich den überhaupt? Oh, wirklich da sein. Sehr gut. Ich muss mich um da rein. Hallo. So. 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 ...zula. Ich bin der Klobber. Lungkez, ja gerne! Nomellodoo. Pinurujasafa, Schadensin. Fumo. Tuango bish. Wassele Klonor. Lushi. Wobiezara, Afflyn. Zebent. Tupig. Merf. Simbozi. Shanissi go. Wie kann man das machen? Uh. Gut, das ging alles bisschen schnell, aber... Naja. So. Gut, der Gang ist bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber naja. Uh. So interessante Bücher. Ähm. 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 Baby machen. Quatsch. Hier. Jetzt geht die wieder meinen Frosch anschauen. Zabitane? Ja. Nutsch, nutsch. Ah. 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 Das was... Bruna Bumi-Mau. Wie liegt das denn jetzt so? Hallo. Fiatabou, Poliba, Negriffs. Spohbier! Fiatabou! Elite. Wadawatsu. Wadawatsu, Wadawut. So. Wadawatsu. Mmm. So. Muss ich äh... Jetzt überlege ich gerade. Ich bin mir noch unsicher. Wann? Ach, wir müssen erst am Mittag wieder in die Arbeit. Können wir noch ein bisschen Bild malen? Ah, Klassik. Hier noch ein großes, klassisches Gemälde malen. Oh, ist das ein riesen Oschi. Bob Ross-Style ist das. Oh, kein Problem. Sehr verspielt. Flipp da. Flipp da total aus. Flipp da total aus. Ähm, surrealistisch. Großbitte. Oh, krass. Ach, das ist die Kuhpflanze. Oh Gott, nein. Da bin ich noch traumatisiert davon. Ähm, hier. Spiele spielen. Zack. Kunibertus. Ah, um. Grüß dich. So. Hunger. Ja, so mittel, ne? So. Was gibt's denn jetzt? Fisch-Tragos. Ich weiß nicht. Spaghetti. Oh, ich hätte jetzt auch so Bock auf Spaghetti. Oh. Oh. Na, ach so. Tick, tick, tack, 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 tack. Sehr inspiriert. Hört, hört. Hört, hört. Hört, hört. Dock. Ist der denn jetzt? Der hat doch schon wieder eine Applaus in dem Morgen. Wieder trainieren. Jawohl! Ich bin weg. so gut danach kommt ins bett mit welchen erweiterung gar kein ich konnte mich noch nicht entscheiden ich kaufe mir auf jeden fall november das hunde ding das hunde und und sonst bin ich die ganze zeit am überlegen was ich mir wohl und ich habe mir überlegt ob ich fürs nächste mal bis ich sims spiel aber ich mir dann er und wohl ich glaube schon großartig kann ich dir sehr empfehlen ja das großartig leben das habe ich mir auch schon das habe ich mir auch schon überlegt und ist das mit arzt ich hab's wieder vergessen ach nee das war an die arbeit na gut vielleicht hoffe ich mir auch beide ist auch wurscht großstadt leben ja das habe ich mir schon überlegt muss ich ich muss ja da nicht in die großstadt zwingend jetzt gleich ziehen oder da kann ich ja dann auch erstmal hinreißen nur vorerst oder kann ich mir auch nicht weiter und kann ich mir nicht kaufen dass ich eine wohnung in der stadt habe und eine dinge an die arbeit können jetzt kann man gleich mal nicht muss heute in die arbeit fahrt da machen wir jetzt keinen sport dann machen wir schon mal nicht muss dich umziehen ja das ist ja schon mal gut das ist ja schon mal gut konzentriert neun stunden ja das reicht mittwoch moment was tut er stellte müll einfach darauf so der bautaktion mit 50 prozent hat hast du einen halben reißer bekommst du eins gerade wenn du zwei kaufst das wäre natürlich toll wenn ich das erwische ich krieg es ja sowieso zehn prozent günstiger weil ich da hier ea origin access dings mitglied bin aber das mit dem 50 prozent das würde sich voll lohnen weil dann würde ich mir gleich die zwei kaufen an die arbeit und großstadt leben und vielleicht habe ich auch noch bock mir irgendein accessoire paket zu kaufen wo ich den nach wie vor für zu teuer hat was sagt die uhr ja wie du bist wieder fertig und hast nicht alles gegossen du bist doch ein lappen unglaublich der gärtner so kacke nicht verbessern schnelle maulzeit wollte ich essen joghurt frische leben finanziert ja 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 aufräumen und gewässern Moment, wie? Der gießt nur die Pflanze, die du ausgewählt hast. Wie ausgewählt? Wie kann ich denn das auswählen? Also ich habe den einmal angerufen, ich habe da so einen Service bestellt. Gärtnerservice und dann kam der halt einfach. Ich konnte da nicht irgendwie was auswählen. Wie kann ich denn da was auswählen, bitte? Kann ich da nicht irgendwie sagen, hier, gieß alles, du Lumpy. Oh, halt, wir müssen nochmal Tee trinken. Achso, ja. Ich weiß nicht, was der macht oder ob der so langsam ist, dass wenn er hinten fertig ist, dann sind die Ersten schon wieder trocken. Keine Ahnung. Was macht er jetzt? Ähm, noch ein bisschen Spaß. Also bei mir hat er alles gegossen. Hört mir mal an, finde ich, kreuzt er gar nicht erst auf. Ich weiß, oh. Ich weiß auch nicht. Vielleicht muss ich den nochmal abbestellen und wieder einstellen. Das kann natürlich sein. Vielleicht mag ich das so ein bisschen. Der Fluchtwagen von Nick hat zum unpassendsten Zeitpunkt, nämlich während einer Flucht, einen platten Reifen. Soll er den schnellsten Reifenwechsel der Welt versuchen oder einfach auf den Felgen weiterfahren? Oh, die Leute fahren einfach weiter. Eine Spur aus dem Funken aus dem Asphalt hinter sich herziehen, manövriert Nick das angeschlagene Fahrzeug gekonnt mit Vollgas zurück zum Versteck. Leistungsperson. Yes. Endlich, endlich. Geil. Ich bin befördert worden. Moment. Endlich. Oh. Endlich. Wenn du eine Pflanze anklickst, kannst du da einen Gärtner engagieren und da gehst du nur die Pflanze über, wie du den engagiert hast. Hm. Okay. Ne, ich habe den einfach, ich habe da einfach das Telefon genommen und generell einen beauftragt. Ich werde den gleich nochmal rausschmeißen und ja, wieder einstellen. Oh, jetzt ist es weg, Moment. So. Nick wurde befördert und ist jetzt Safeknacker. Er verdient jetzt 46, Entschuldigung, 46 Dollar mehr pro Stunde, was einen Stundenraum von insgesamt 319 pro Stunde ergibt. Er hat zudem den folgenden Bonus erhalten. 4211 Kuletten. Gestollene Halskette von Herzogin Pinky. Seine nächste Schicht beginnt am Samstag um 18 Uhr. Oh, jetzt muss ich wieder drei Tage arbeiten. Okay. Krass. 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 Also hier, ne? Krass. Krass. Ach hier. Kulibertus, vielen Dank für den Follow. So. Hier, Gartenservice bereits geplant. Man guckt, dass es hier bei allem ist es. Da ist schon einer engagiert, aber der funktioniert nicht gut. Der, der, das kein guter Mann. So. Gartenservice abbestellen. Mach ich mal schnell und dann bestell ich ihn wieder. Ja, klar. So, ihr Penner. Der macht seine Arbeit nicht richtig. Das soll der schon was. So. Ähm. Jetzt stellen wir wieder einen ein. Nämlich. Nämlich. Regelmäßiger Gartenservice. Ja. So. Bei den Gärtnern gibt es viele Probleme. Ja. Schienen wir so. Einen Moment. Ich muss kurz, ähm, kurz wegen Essen. Was ist das? Hä? So. Äh. Sehr gut. Moment. Ich muss schon mal nicht in die Arbeit muss. Achso. Erst am Samstag um 18 Uhr. Okay. Mal schnell auf Toilette. Oh. Wir speichern, weil wir sind gefordert worden. Da speichern wir. Ähm. Ich überlege gerade, wie wir es beim Schlafen machen. Wir können auch mal ernten. Oh. Die Nase kitzelt wieder. Äh. Die Nase kitzelt wieder. Äh. Oh. Die Nase kitzelt wieder. Oh. Boah. Boah. Was kitzelt die denn so? Ätzend. Ich muss gleich ins Bett. Aber ich muss auch noch einiges weiterentwickeln. Da bin ich immer ein bisschen faul dazu. Ich gehe nochmal auf Toilette vorher. Nicht, dass es dann aufstehen muss. Zwischengrün. Ja. No. Ring, ding, 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 ding. Da ist der Herr Gärtner. Aaron Stevens. Ist es jetzt ein anderer als vorher? Ich glaube schon. Vielleicht ist er besser. Vielleicht macht er es gründlicher. Ja. Oder vielleicht hat er der Gärtner irgendwie nur eine bestimmte Arbeitszeit. Weil da ist ja auch noch ein Job. Da sagt er aber so und so viele Stunden, was er nicht schafft. Äh. Da haben sie dann Pech gehabt. Weil der Gärtner einfach zu groß ist. Jetzt hat er Hunger. Ja. Ist ja gut. Wir kochen was. Nämlich. Joghurt Parfait. Mit Früchten. Mit Früchten. Mit Früchten. Ist es gut. Ausgezeichnet sogar. Ja. Mach schön gründlich. Sonst gibt es ja ja. Hast du die Gratis-Erweiterung? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Was ist er jetzt? Ist er jetzt? Ja. Was ist er jetzt? Ist er jetzt? Ja. Ich glaube schon. Ja.